Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Geliebter Bruder, gemeinsam üben wir uns im Geben und Empfangen und Lernen, dass das, was wir geben, uns selbst gegeben wird. Gott, unser Vater, hilft uns dabei durch die Führung des Heiligen Geistes. Sein Vertrauen, seine Liebe ist stets für uns da. Er schenkt uns jetzt den Himmel, damit wir unseren Geist öffnen und still werden für die Vergebung, für die Reinigung unseres Geistes. In Gottes heilenden Geist sind alle Wunder enthalten, die in jedem Moment gegeben und empfangen werden wollen. Die Liebe ist jetzt da. Hören wir den Ruf nach Liebe, so wollen wir sie geben. Wir wollen unseren Geist, unser Herz für das Wunder der Liebe, für die Liebe Gottes öffnen. Du, Bruder, du bist das Wunder selbst, denn du bist die Liebe Gottes selbst. Hier und jetzt. Lass uns allen alles geben, damit uns selbst gegeben werde. Amen.